okay diesmal von marvel studios dr who funko pocket pop removable label ich weiß nicht ob ich schon hatte ich glaube nicht ich weiß auch gar nicht habe ich gerade naja okay lassen wir das also kurzes unboxing ich werde auch nicht mal anfangen habe ich auch gar keinen bock zu ist ja egal eigentlich so wie komme ich auf doctor who so das ist dieser kleine mr mr wong ich sag einfach mal der kleine mr wong kann man seinen kopf drehen ja kopf kann man auch drehen nettes kleines figürchen wird gleich an meinen schlüsselbund wandern denke ich mal nachher später vielleicht aber wer meine videos kennt weiß ich habe so viele ich könnte mir wahrscheinlich 100 stück an meinen schlüsselbund ja wie gesagt habt ihr das kleine mannequin mal gesehen kurzes shortest unboxing so lange werde ich ihn erstmal hier oben hinstellen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag lasst mir gerne einen commi oder ein abo oder ähnliches da link ist unten drunter bis zum nächsten mal tschaui